was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag kanal zuschauern aufnehmen wir spielen heute in london 2012 zusammen mit dem mac manus dem big mac den josh und dem pauli ja hallo von vorn möchten wir sagen free sie hat diesmal alle disziplinen ausgesucht also wenn ihr also wenn daumen nach unten dann nicht bei mir ja auf die blätter fertig los und jetzt geht es jetzt geht los jetzt geht es gleich geht alle in einer sekunde die ersten vier zumindest verloren leute ich entschuldige mich jetzt schon mal für den letzten platz und diese katastrophale leistung hier ich war mir schon unter den kommentaren geschrieben ob ich der bademeister wieder hinten der kameramann ich es tut mir leute es tut mir so leid gut start necessary early leaders starting to establish themselves at 25 meters the early glimpses of the leaders as now they emerge from the water real chance of a medal 50 more meters and she could create history man muss auch warten bis das wieder angezeigt wird nach unten also ich verstehe es nicht ich bin ja ein negastetiger wenn es um diese bewegung abläuft ja ich kann auch nicht das ist jetzt kommen wieder 300 kommentare leute das ja wir ziehen aber nein es geht nicht wir nein nein ich lass dir jetzt einen vortritt so was haben wir jetzt ja ach die scheiße wieder ja aber wie gesagt wie sie hat geübt ohne ende leute also shitstorm sag ich ja nur das ding alter kriegst du noch eine scheibe oder was ich habe rüber zu frise geschossen der liegt da gerade das ding alter kriegst du noch mal wie nur zwei schießt mal fünf scheiben raus ist ja langweilig sehr gut 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 einfach semmel der jungs aber ich muss noch zweimal ja da kommen noch ein paar nur einer 6 durchgereist wie so ein stück seifer kommt da rausgerast kommt was noch einfach sind sind ja noch ein paar stations warum mache ich auch nur zwei wenn der ein bisschen das gibt es doch nicht man hört was sind die kammer kommt aber auch immer rausgerast wie so ein rasender was jetzt drei punkte soll ich jetzt alle daneben schießen oder was dass du punkte gleich bist so gegner wir lassen dich ja nur gewinnen damit du noch mitspiel jungen nicht einen verschossen absoluter rekord ich habe nicht einen verschossen alle 25 das habe ich noch nie geschafft das habe ich noch nie gesehen sowas darf ich ein foto machen mit dir ja natürlich natürlich du hast nur zwei bronze diesmal dino ja ich weiß oh gott mit dieser herben enttäuschung freesi hat die disziplin ausgesucht man ja und das sind die geilsten danke freesi sag doch mal was was soll ich dazu sagen außer ihr loser aber das kommt auch davon weil ich auch regelmäßig und jetzt kommt es mit dem studio vorderkonsole simulatoren spiel ich kann mir vorstellen oh ich fühle mich voll auf die flisse ich fühle mich voll auf die flisse Ich bin schon fertig. Falls ich es jetzt schwerer nehmen soll. Ich habe es jetzt so leicht genommen. Er freut sich wie ein Dummer. Das war gut. Ich glaube, das war richtig gut. Ich kann das nicht. Ich weiß nie, wo die Scheiß-Tasten sind. Ich weiß nicht, wo die Scheiß-Tasten sind. Mann, du kleines... Deine Spastikanfälle kannst du woanders haben. Spring jetzt richtig. Mann. Ach, das ist doch... Das ist beschiss, das Spiel. Ich will mein Geld zurück, die 80 Euro oder was. Nee, was haben wir bezahlt? 30 Euro. Also 80 habe ich gezahlt. Oh Gott. Das hast du jetzt auch noch öffentlich gesagt. Das ist hart wichtig. So, habe ich 80 bezahlt? Ja. Es gibt auch teurer, das Spiel. Das ist etwa der Fusi. Ja, klar. Mir tut der Josch ja mittlerweile nur noch leid. Der Josch, von dem war gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wer ist Josch? So, gut, meine Freunde. Schaut mal bei den anderen vorbei, die nicht so viel können. Und in dem Sinne, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt mach aus. Tschüss.